Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Technics4Jow. Ich weiß, ich habe jetzt schon länger kein Video mehr gemacht, aber ich möchte euch auch nur Sachen zeigen, die wirklich interessant sind. Und eine Sache, die ich noch auf meiner Liste hatte, war Online-Briefmarken ausdrucken. Und da ich jetzt selber wieder Briefmarken brauchte, dachte, ich mache das am besten gleich mit euch zusammen. Dann habe ich das auch erledigt. So, wo findet man jetzt am besten Briefmarken? Natürlich unter post.de. So, das ist die Startseite. Und hier unten gibt es so eine Rubrik Briefmarken kaufen. Und was wir wollen, ist die Internet-Briefmarke, die sich... Klicken wir jetzt auf. Und dann kommen wir auch schon auf dieses Bestellformular. Das sieht so ähnlich aus wie ein Warenkorb, steht ja hier auch. So, hier kann man jetzt auswählen, praktisch, für was man die Marken haben möchte. Also normale Briefe, ne? Oder man kann natürlich auch Paketscheine ausdrucken, zum Beispiel. Oder eben, was ich jetzt aber nicht machen werde, man kann sich auch eigene Motive für die Briefmarken überlegen. Und dann eben so ausdrucken. So, ich möchte aber für ganz normale Briefe das haben. Und dann mache ich jetzt hier auf Briefe. So, der einzige Nachteil an diesem Online-Ausdrucken ist, dass man immer mindestens für 10 Euro bestellen muss. Also heißt, man kann natürlich auch sagen, dass man 10 Marken nur bestellen möchte, dann hat man einen Wert von 5,50 Euro. So, wenn man jetzt so weitergeht und die Bestellung abschließt, werden einem 10 Euro abgebucht, zum Beispiel von PayPal. Man kann zum Beispiel mit PayPal bezahlen oder auch, glaube ich, per Bankeinzug. Allerdings werden euch dann 4,50 Euro auf das Kundenkonto von der Post gutgeschrieben. Also, dass man beim nächsten Mal dann zum Beispiel auch mit dem Guthaben, was man jetzt auf dem Kundenkonto hat, also auf dem Kundenkonto, bezahlen kann. Naja, aber es werden auf jeden Fall 10 Euro abgebucht. So, weil ich ja sowieso immer mal die Briefmarken brauche, sage, ich möchte gleich Neues haben. So, wenn man jetzt aber zum Beispiel mehrere verschiedene Marken, also zum Beispiel auch für Großbriefe, haben möchte, klickt man einfach nochmal auf Briefe. Dann kann man noch mehr bestellen. Dann sage ich jetzt zum Beispiel, ich möchte jetzt hier so einen Großbrief, meinetwegen 5 Marken für Großbrief. Dann habe ich jetzt hier 5 Stück. Und die unten berechnet er dann zusammen. Jetzt könnte ich aber zum Beispiel auch sagen, ich möchte jetzt nur, meinetwegen, 4, nein, das mache ich nicht ganz. Sage ich mal, ich möchte jetzt 5 Standardbriefe und 5 Großbriefe, dann komme ich auch genau auf 10 Euro. Das würde auch gehen. Hauptsache, dass der Gesamtpreis dann mindestens 10 Euro sind. Hier kann man zum Beispiel auch ein Motiv dann auswählen. So, aber die brauche ich jetzt nicht. Darum mache ich die jetzt wieder weg. Und man kann natürlich immer so weiter. Man kann jetzt hier auch noch meinetwegen Paketscheine hinzufügen. Dann sammelt sich das halt immer so weiter an. So, aber das brauche ich alles nicht. Darum lösche ich das jetzt erstmal wieder raus. Das hier auch. Und ich sage, ich möchte jetzt 19 Briefmark zu 55 Cent. Wenn ich das jetzt habe, dann gehe ich auf Weiter. Dann zeige ich da eben hier nochmal eine Übersicht an. Gesamtpreis von 10,45 Euro. Was ich immer noch mache, ja, die E-Mail-Adresse angeben, damit man eine Bestätigung bekommt. Das ist, ich weiß nicht, der Stern. Das muss anscheinend sogar sein. Gut. Dann kann man jetzt hier auswählen, mit was man bezahlen möchte. Ich nehme PayPal. Na gut, Bank-Einzug gibt es wohl nicht. Aber man könnte auch noch dieses GiroPay zum Beispiel machen. Aber gut, ich denke mal, PayPal wird dann die meisten interessieren. So, dann gehe ich auch weiter zur Bezahlung. Und muss mich natürlich jetzt hier einloggen bei meinem Kundenkonto für die Post. Da muss ich mal legen, was mein Passwort war. Gehe ich auf Login. Gut, das war das richtige Passwort. Log mich da eben ein. Jetzt sieht man hier, hat er mir jetzt hier nochmal 15 Cent abgezogen, die ich noch auf meinem, ähm, na, auf meinem Postkonto hatte, sozusagen. Also von der vorigen Bestellung. Also muss ich jetzt noch 10,30 Euro bezahlen. So, dann gehe ich jetzt nochmal auf PayPal. Das ist noch drin. Dann gehe ich jetzt weiter zur Bezahlung. Deswegen, also man muss sich nicht registrieren bei der Post, aber es ist eben immer ganz ratsam, damit man wirklich, wenn so eine Sachen sind, so eine Mini-Pupelbeträge, dass die eben auch gut geschrieben wurden. Ich meine, das sammelt sich ja irgendwann auch an. Wenn man jetzt nicht gerade das schon abgezogen bekommt. Dann gehe ich jetzt auf Weiter zur Bezahlung. Und dann werde ich hoffentlich gleich zu PayPal weitergeleitet. Genau, da sind wir auch schon. Log mich nochmal ein. Ja, das dauert jetzt einen kleinen Moment. So. Dann sehen wir eben hier nochmal 10,30 Euro von meinem Konto. Und wenn man jetzt doch nicht mehr möchte, klickt man hier unten einfach. Abbrechen und zurück zur Deutschen Post AG. Dann kommt man wieder zu dem Warenkorb. Genau. Dann gehe ich auf Jetzt zahlen. Dann kann ich mir die hoffentlich gleich ausdrucken. Hier ist jetzt ein ganz normales PDF-Format. Hier unten kann man sich sonst den Acrobat-Reader runterladen. Und dann gehen wir jetzt einfach hier drauf. Können die jetzt entweder erst mal auf Computer speichern oder gleich öffnen. Ich öffne die einfach mal. So sieht das dann aus. Wenn man jetzt mehrere Marken, also mehrere verschiedene Marken, wie zum Beispiel in Großbriefe hätte, dann würden die auch einfach mit rangepackt werden. Auf das Blatt. Ja, und wenn man dann eine Branche schneidet man die sich ganz normal aus und klebt sie einfach auf. Und über diesen Barcode erkennt dann die Post gut, ja, es bezahlt. Und wer jetzt auf die Idee kommt, die einfach mehrfach zu verwenden, also mehrfach ausdrucken und mehrfach draufkleben, ich weiß nicht, ob das so einfach funktioniert, weil eben in diesem Barcode wahrscheinlich gespeichert noch eine extra Nummer für diese Briefmarken gespeichert ist. Und ich denke mal, die Post würde erkennen, wenn man die doppelt oder dreifach benutzt. Also ich riskiere es nicht und ich kann es euch auch nicht raten. So, und dann drückt man die ganz normal aus. Und dann haben wir es auch schon erledigt. Ja, der Lieferschein, gut, das muss man jetzt nicht ausdrücken, das ist nochmal wie so eine Bestellbestätigung praktisch und man bekommt, nicht wundern, man bekommt sowieso in zwei, drei Tagen nochmal einen Brief von der Post, wo dann eben nochmal die Rechnung aufgeführt ist. Jo, gut, und das war es eigentlich schon. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen und ich speichere mir die zur Sicherheit immer noch ab, falls irgendwas ist. Das hätte ich jetzt fast vergessen. So. Gut, ich hoffe, das war wieder nützlich und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir gerne eine persönliche Nachricht schreiben oder einfach in die Kommentare und ich werde dann zusehen, ob ich euch helfen kann. Also, dann noch eine schöne Anfangswoche und wenn ihr das Video heute seht, bei mir ist ja heute Sonntag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!